Wahlkampf ist ein schmutziges Geschäft. In meinen Anfängen in dieser Branche waren meine Helden Politiker. Und dann habe ich sie kennengelernt. Besonders mit ihr. Wenn Sie gewinnen wollen, müssen wir Risiken eingehen. Prozessung, Manipulation, Sex, Unterschlagung, Drohung. Doch auch die Konkurrenz schießt scharf. Ich werde dir die Rinde abziehen, Bodin. Wir sehen uns ja noch. Billy Bob Thornton und Sandra Bullock in einem Film von Produzent George Clooney. Es gibt nur einen Fehler und das ist Verlieren. Die Free-TV-Premiere zur US-Wahl. Die Wahlkämpferin. Samstag, 20.15 Uhr. ProSieben.